Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute ein ganz wichtiges Video für viele von euch da draußen. Und zwar, wie ihr nach einer längeren Trainingspause, egal ob es jetzt ein Monat war, und das bezeichnet ihr schon als lang, was es aber nicht ist, aber dazu kommen wir gleich, aber vielleicht auch nach vier Monaten, sechs Monaten oder sogar nach mehreren Jahren wieder anfangen könnt. Die Voraussetzung hier ist, ihr seid nicht mehr Trainingsanfänger. Also so etwas wie, ihr habt mal im Fitnessstudio so ein bisschen reingeschnuppert, zwei, drei Einheiten gemacht und sechs Jahre später fangt ihr an. Nein, dann seid ihr immer noch Anfänger. Das zählt natürlich nicht. Es geht darum, dass ihr bereits schon einmal trainiert habt, länger trainiert habt, was heißt länger, zumindest ein, zwei, drei Jahre, sogar schon was aufgebaut habt, schon einen gewissen Erfolg hattet und dann kommt ihr in die Pause. Und jetzt definieren wir ganz kurz die Pause. Denn so manch einer von euch, den kräuseln sich ja schon die Haare und der redet von, ich habe schon seit langer Zeit nicht trainiert und ich muss wieder von neu anfangen. Wenn er gerade mal zwei Wochen in Ägypten Urlaub gemacht hat. Nein, das ist nicht das, wovon ich rede. Denn das ist durchaus eine konstruktive Pause und ihr werdet sogar wahrscheinlich danach stärker starten. Tja, wer das noch nicht ausprobiert hat, es gibt Dutzende von Videos auf diesem Kanal, die das Ganze euch zeigen, lehren und wo ihr mal etwas ausprobieren könnt. Also es geht nicht um den Urlaub und es geht auch nicht um den Deload oder sonst irgendetwas. Es geht darum, dass ihr seit, sagen wir mal, mindestens drei Monaten nicht dazu kamt zu trainieren und dann wieder reinkommen müsst. Drei Monate, würde ich sagen, ist so das Minimum, denn selbst sechs Wochen können noch eine progressive Pause sein. Und da werdet ihr relativ wenig bei verlieren. Aber nach drei Monaten und mehr dann schon. Und jetzt ganz kurz noch zu einer kleinen Referenz. Ich habe das Ganze nämlich nicht nur in der Theorie durchgewälzt und gebe euch hier irgendwelche Tipps, sondern mein Trainingsleben, meine Trainingsbiografie, wenn man so will, ist davon gesäumt, immer wieder diese Neuanfänge zu haben. Neuanfänge in Anführungsstrichen. Deswegen gibt es sicherlich kaum jemanden, der euch mehr dazu erzählen kann, der diese Leidenschaft für den Sport hat und so ein On und Off hatte. Warum? Das liegt ganz einfach daran, dass ich ab einem gewissen Punkt ein Reiseleben begonnen habe und tatsächlich immer nur sechs Monate im Jahr trainiert habe. Das bedeutet meistens drei Monate trainiert, drei Monate nicht. Drei Monate trainiert, drei Monate nicht und so weiter. Teilweise auch mal vier Monate nicht trainiert, dann mal wieder sechs Monate hintereinander und so weiter. Auf jeden Fall kam es in meinen 25 Jahren sicherlich 10, 20 Mal vor, dass ich nach so einer langen Zeit wieder angefangen habe. Und das sogar noch verstärkt, denn in der Zeit habe ich mich auch nicht gut ernährt. Wenn man drei Monate lang in Afrika unterwegs ist, dann hat man oft zwangsläufig nur noch ein Intermittelfasting und isst einmal am Tag. Nährstoffe, das was gerade reinkommt, meistens nur irgendwelche simplen Kohlenhydrate. Also man kommt richtig runter und richtig weg vom Bodybuilding und fängt dann wieder an. Die gute Nachricht für die meisten da draußen, wenn ihr nicht sehr stark nachgeholfen habt, diese Muskeln zu bekommen, dann behaltet ihr relativ viel. Und jetzt kommt das noch geilere, der Memory-Effekt ist der Knaller. Und den konnte ich so oft auskosten. Und ja, den weiß ich sehr zu schätzen. Einer der dankbarsten Dinge an dem Sport. Aber kommen wir jetzt direkt zu den Maßnahmen, die ihr ergreifen solltet. Wie baut ihr das Ganze jetzt auf? Ihr geht sicherlich nicht ins Fitnessstudio an Tag 1, nach 6 Monaten, 2 Jahren, 3 Jahren und macht einen 4er-Split und ballert den Rücken kaputt. Nein, das macht ihr nicht. Ihr baut das langsam auf. Aber, und jetzt kommt's, nicht so langsam, wie es oftmals da draußen gesagt wird. Ihr macht jetzt nicht für 3 Monate einen Ganzkörperplan oder für 6 Monate und dann einen 2er-Split und langsam könnt ihr euch wieder hocharbeiten. Nein, wir steigen schnell ein. Und da geht es auch gar nicht darum, dass wir versuchen, so gut es geht und schonend es geht, mit unserem Körper umzugehen. Nein, wir werden ihn ins kalte Wasser schmeißen, damit er sich umso schneller dran gewöhnt. Was ich da immer vor Augen habe, ist Rocky. Rocky, ihr kennt die Serie, ist irgendwo eine tolle Motivation. Rocky geht nicht immer nach Wissenschaft vor. Das macht Ivan Drago auf der anderen Seite. Der hat seine 10 Wissenschaftler dahinter. Aber was der macht, ist, einfach drauf los. Der rennt durch die Schneeberge. Der hat irgendwelche Holzstämme. Da ist das Gewicht nicht getrackt. Wie schwer ist denn jetzt dieser Holzstamm? Keine Ahnung, interessiert nicht. Krieg den Holzstamm von da nach da. In welcher Zeit? Haben wir das mal mit einer App getrackt oder so? Keine Ahnung. Hau rein. Gib einfach alles und dann muss man gucken, wie man ankommt. Und das ist ein krasser Trainingseffekt. Joggen würde ich jedem immer nur empfehlen. Macht das mal ganz ohne App und tracken, außer das motiviert euch. Aber drauf los. Alles geben. Immer. Und das ist oft wesentlich effizienter. So, von dem Nebengleis kommen wir jetzt wieder zurück. Wie starten wir denn jetzt? Also, ganz konkret. Ihr solltet jetzt an Tag 1. Und Tag 1, meine ich, ist der Tag, wo ihr aus diesem langen Loch, aus dieser Pause rauskommen wollt. Dann fangt ihr an, erstmal nur mit der Ernährung. Es geht noch gar nicht ums Training. Ihr wisst also, ja, ich will wieder anfangen. Und eine Woche bevor ihr ins Gym geht, eine Woche bevor ihr Handeln zu Hause anfasst, eine Woche bevor ihr also ins Widerstandstraining geht, werdet ihr erstmal die Ernährung wieder auf Vordermann bringen. Ihr sollt euch ernähren wie ein Bodybuilder. Was heißt das konkret? Ihr sollt regelmäßig eure Mahlzeiten haben. Viele kommen aus einer Pause, weil sie berufstätig waren oder mit der Familie viel zu tun hatten oder sowas. Ganz unregelmäßig gegessen haben. Mal hier zwischen Tür und Angel einfach nur ein paar Müsse, Nüsse, um den Magen zu füllen, Chips gegessen oder sonst was. Erstmal eure Ernährung für nur eine Woche auf die Kette bekommen. Regelmäßig und besser essen. Ihr braucht eure Glykogenspeicher voll, ihr braucht alle Vitamine und Mineralien. Und auch das dauert noch ein paar Wochen länger, bis das alles wieder gut aufgefüllt ist. Aber fangt an, eine Woche euch gut zu ernähren. In diesen Rhythmus reinzukommen, damit auch nicht alles auf einmal kommt. Training plus Ernährung plus neue Gewohnheiten plus neuer Schlaf oder sonst was. Nein, erstmal nur die Ernährung. Achtet darauf, dass ihr regelmäßig Mahlzeiten habt und dass es nicht so etwas gibt wie sechs Stunden mal gar nichts gegessen oder so. Und dass ihr einfach gut esst. Achtet darauf, dass ihr jetzt schon eure zwei Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht zunehmt. Ja, ich weiß, so viele gibt es da draußen, die jetzt sagen, ja aber Muskelmasse und nicht Körpergewicht. Achtet darauf, die zwei Gramm pro Kilo Körpergewicht zu haben. Ja, versucht es. Seid ihr übermäßig dick und wiegt 100, 150 Kilo. Natürlich sollt ihr keine 300 Gramm Protein dann haben. Aber ich rede hier von dem absoluten Normalo da draußen, der eine Trainingspause hat. Weil jemand, der 150 Kilo wiegt, der hatte sicherlich nicht eine lange Trainingspause. Vielleicht hat er auch nie trainiert. Ich weiß es nicht. Ihr habt ein ganz anderes Problem. Also, zwei Gramm pro Kilo Körpergewicht. Für eine Woche, sieben Tage. Ihr trainiert noch nicht. Bitte, macht auch keine Liegestütze. Kommt in die Ernährung rein. Und ja, Punkt Nummer zwei, fangt hier auch mit den Supplements schon mal an. Die Supplements, die ihr nehmen wollt, und das sind am Anfang gerne einfach nur die Basics. Proteine, Proteinshakes. Damit ihr nicht die ganzen Proteine mit der Ernährung zu euch nehmen müsst, könnt ihr gerne schon mal ein, zwei oder drei Proteinshakes zu euch nehmen. Das erspart euch bis zu 50 Prozent der Proteine. Wenn ihr 90 bis 100 Gramm zu euch nehmt, dann habt ihr meistens nur noch die andere Hälfte zu nehmen, wenn ihr zwischen 80 und 100 Kilo wiegt. Also, gerne Proteinshakes schon mal rein. Kreatin. Ihr könnt euch schon mal langsam so ein bisschen damit aufladen. Und nehmt das schon mal für eine Woche. Einmal morgens auf nüchternem Magen und dann vielleicht noch mal nachmittags. Und dann passiert schon was in eurem Körper. Mehr muss es noch nicht sein. Ihr braucht keine Booster, Arginin oder sonst irgendetwas. Wenn es die beiden Sachen sind, gut. Omega-3, Fettsäuren, Vitamine, Mineralien. Wenn das nicht durch die normale Ernährung schon da ist, gerne. Einfach noch zusätzlich. Der Körper soll alles bekommen für eine Woche. Sieben Tage. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Jetzt sind wir endlich beim Training. Und wie fangt ihr jetzt das Training an? Nein, wir haben jetzt kein Ganzkörperprogramm für die nächsten Wochen. Aber diese erste Phase nenne ich immer das Abtrainieren vom Muskelkater. Heißt, ihr bekommt jetzt so oder so eine Reaktion von eurem Muskel, die völlig überfordert sein werden. Und das nennt sich Muskelkater. Das wird darin münden, dass ihr einfach mehrere Tage den Muskel spürt, den ihr trainiert habt. Aber wir fangen jetzt nicht ganz leicht an, um bloß keinen Muskelkater zu bekommen. Heißt, wir machen jetzt nicht am Brusttag einfach nur fünf Liegestütze. Wer weiß, ob wir nicht, wenn wir 20 machen, Muskelkater kriegen. Nein, es geht jetzt darum, dass der Körper einmal richtig eins auf die Fresse bekommt. Und das werdet ihr so oder so erreichen. Was ihr hier noch nicht braucht, ihr müsst noch nicht viel machen. Ihr braucht jetzt keinen reinen Brusttag, wo ihr zwölf Sätze für die Brust macht, immer bis zum letzten geht bei den Sätzen und dann schon Isolationsübungen drin habt, Bankdrücken drin habt. Nein, ihr kriegt den Muskelkater, auch wenn ihr 40 Liegestütze machen wollt. Kommt ins Training rein, macht ein ganz normales. Ihr müsst nicht immer bis zum Ende gehen, ja, aber macht schon mal gute acht, neun Sätze. Das war's. Ihr könnt gerne hier einen Zweiersplit machen. Das heißt, macht einen Push, Pull, macht die Beine damit drunter, macht einen Oberkörper, Unterkörper, was auch immer ihr macht. Kombiniert vielleicht Brust, Schultern, Arme. Und dann macht einen anderen Tag Rücken und Beine. Wie auch immer ihr das aufteilt, das reicht und dann werdet ihr so oder so einen Muskelkater davontragen. Und das ist okay. Habt den Muskelkater, dann habt ihr das abgehakt und beim nächsten Mal werdet ihr schon nur noch die Hälfte oder gar nichts mehr haben. Das ist es für die ersten ein bis zwei Einheiten pro Muskelgruppe. Heißt, den Zyklus seid ihr durch, nicht nach zwei Wochen, wenn ihr zweimal die Woche den Muskel trainiert, dann schon nach einer Woche. Den seid ihr durch, wenn ihr diese zwei Trainingseinheiten pro Muskelgruppe einmal gehabt habt. Weil bei der zweiten werdet ihr schon weniger Muskelkater haben und dann kommt ihr rein, dann seid ihr drin. Das bedeutet, unter Umständen sind es nur zwei Wochen, von denen wir hier reden. Und dann geht ihr in einen normalen Split über. Und jetzt gibt es auch was zu beachten. Egal welchen Split ihr wählt, meine Empfehlung wäre der 3er oder der 4er Split, findet ihr da oben. Stellt euch euren Trainingsplan zusammen. Aber wenn ihr das jetzt macht und wenn ihr in das normale Training übergeht, fangt nicht schon an mit Intensitätstechniken. Weil jetzt sind wir quasi im Training drin. Ihr habt den Muskelkater abtrainiert, davor habt ihr euch aufgeladen, ernährungstechnisch. Jetzt sind wir in der dritten Phase, wir sind eigentlich in der Trainingsphase. Das ist die Zielphase. Aber auch hier fangt ihr vorsichtig an. Ihr sollt nicht zurückrudern. Nein, macht ein normales Training. Aber fangt nicht an mit Dropsets, Intensivtechniken, sonst was. Und macht, weiß ich nicht, noch Volumen obendrauf. Nein, solide, gerne ein paar Sätze weniger und das könnt ihr immer noch steigern. Und gerne auch nicht mit Intensitätstechnik. Das könnt ihr nach hinten hin immer noch machen. Nach 3 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen. Dann braucht ihr die Steigerung. Und das sind die einzelnen Steps und Phasen. So kommt ihr rein. Und das Tolle daran ist, ihr seid nach ungefähr einem Monat drin. Wir reden hier von einer Woche Ernährung ohne Training. Wir reden hier von ca. 2 Wochen Training zum Muskelkater loswerden. Und dann kommen wir rein. Und dann reden wir von ca. 1 bis 3 Wochen, wo ihr ganz normal trainiert. Und dann könnt ihr langsam anfangen, wieder mehr zu machen. Und das zählt für Leute, die 4 Monate aufgehört haben. Aber auch für Leute, die 3 Jahre aufgehört haben, aber davor schon mal wüssten, was Bodybuilding bedeutet. Das ist der Plan, den ihr verfolgen solltet. Und so kommt ihr wahnsinnig schnell zurück. Und zwar für die meisten von euch, die schon mal vorher was aufgebaut haben. So schnell, dass ihr hier und da rechts und links am Rand den Vorwurf bekommen werdet. Ihr nehmt doch irgendetwas. Denn der Memory-Effekt ist gigantisch. Kleiner Zusatztipp am Rande. Zu der ersten Woche der Ernährung zählt auch Trinken. Ihr werdet vorher wahrscheinlich nicht so viel getrunken haben. Kommt wieder auf 4, 5 Liter am Tag. Gerne so viel. Nicht 3 Liter. Gerne ein bisschen mehr. Spült den Körper ordentlich durch. Ladet euch auf. Ihr nehmt ja auch noch zusätzlich Kreatin. Vielleicht werdet ihr in dieser einen Woche schon ein paar Kilo zunehmen. Zumindest passiert mir das. Und dann, wenn ihr das erste Mal trainiert, boom. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich in den ersten 2 Wochen zwischen 5 und 10 Kilo Körpermasse zugewinne. Hauptsächlich Wasser, natürlich. Klar. Ich will ja gar nicht sagen, dass das Muskeln sind. Aber mein Körper sieht extrem anders danach aus. Und das kommt durch diesen Ernährungsaufbau und natürlich Muskelkater, Muskelbelastung und so weiter. Und wer jetzt noch die ultimativen 5 Tipps haben möchte, um dann anschließend richtig gut in euer Training zu starten, der schaut direkt hier weiter. Ansonsten findet ihr das toll. Lasst ein Like da. Abonniert den Kanal und verpasst kein Video mehr. Schaut euch auch mal die anderen Videos an. Und schaut gerne mal bei Protein Arena vorbei und spart 15% bei eurem Supplementkauf. Aber ansonsten direkt weiterschauen und mehr Tipps bekommen. Macht's gut. Bis bald. Euer Gotti. Euer Gotti. Das Kreis wird hier.